hallo und herzlich willkommen liebe leute zu einem neuen video von pandapaw jetzt wollte ich gerade wieder sanimause 1 sagen scheiß gewöhnungssache wie ihr wahrscheinlich schon hier an diesem blatt erkennen könnt geht es dieses mal wieder ums how to draw manga und vor kurzem habe ich eine neue abonnentin bekommen ihr name ist lonil ea ich glaube ich habe es falsch ausgesprochen höchstwahrscheinlich und auf jeden fall kommentiert sie gerade so gut wie jedes meiner videos und ich bin da sehr dankbar dafür es macht mich sehr glücklich dankeschön und sie hat auch unter eines geschrieben unter einem how to draw manga video ich soll doch bitte mal tutorials machen zu händen füßen schuhen gesicht am halb profil zu männern und frisuren und ja ich versuche jetzt mal diesen wünschen nachzugehen weil dafür bin ich ja da und genau ich glaube ich fange mal an mit den gesichtern im halb profil beziehungsweise ich mache jetzt eher mal das profil weil es einfach noch einfacher ist und ich bisher eben nur das gesicht von vorne hatte bei männern und frauen und ja also wenn ich normalerweise gesichter von der seite zeichne dann fange ich halt einfach an so mit ja so der stirn hier und dann kommt hier so eine kleine welle und dann kommt hier die nase so und es wird gerade dezent krüppelig aber egal und dann kommen hier die lippen sagt bla bla und das kinn und dann kommt hier der kieferknochen und dann wird hier noch der kopf rest der rest vom kopf ihr wisst was ich meine dazu gefühlt so und dann kommt hier noch so der hals da da und dann habe ich hier so einen strich und dann kommen hier die augen und die augen braun und hier ungefähr kommen dann die ohren und so genau das wäre jetzt in meinem fall ein männerkopf aber mir ist natürlich klar das kriegt ihr da ihr wahrscheinlich wenn ihr dieses video anschaut größtenteils alle noch anfänger seit ist mir klar das werdet ihr wahrscheinlich nicht so hinbekommen bzw ist ihr könnt es schon probieren aber ich bezweifle irgendwie stark dass es dann gleich so wird wie es haben wollt und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal wie ich glaube dass ich damals angefangen habe bei dem ersten video wo ich gesichter gezeichnet habe muss ich zu muss ich gestehen habe ich bücher benutzt habe ich reingeschaut und mir die tipps dargeholt also so leicht weil ich immer klären eigentlich ziemlich schlecht bin aber dieses mal werde ich versuchen euch selber das irgendwie nahe zu bringen und dann fangen wir einfach mal an mit einem kreis natürlich der körper des ganzen kompletten menschen ist irgendwo ein kreis genau und dann machen wir warte mal wenn ich jetzt hier ein kreis rein setzen würde ja dann machen wir einfach mal so wenn jetzt hier die mitte vom kreis wäre machen wir einfach so in die untere hälfte ein strich und dann machen wir von da aus einfach mal hier so nein 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 vergess das wieder wir nehmen jetzt das hier quasi als unsere stirn und das hier als kopf schuh misst das ist viel zu groß so aber jetzt ja und dann je nachdem ob es junge oder mädchen sein soll das könnt ihr nämlich jetzt noch entscheiden weil mädchen haben meistens so eher so eine stubs nase so zack und so und so und so und bei männern ist es eben so wie hier dass sie gerade ist und länger und deswegen machen wir jetzt einfach mal ein mädchen dann machen wir jetzt so einen kleinen so eine kleine kurve und den haken hin ist eigentlich genauso wie ich sonst nie zeichne das ist so voll der der weiß ich nicht so wie die alten animes waren so eine nase ist das genau nimmt es einfach so als als wie so ein dreieck ist es jetzt hier genau wie ein dreieck und dann von diesem dreieck aus probiert ihr lippen zu machen die könnt ihr eigentlich auch als dreiecke zählen so hier ein dreieck und hier ein dreieck und dann kommt hier eben noch ein kleines kinn und es sieht total bescheuert aus was ich hier fabriziere every time okay wo war ich genau dann kommt hier das kinn und dann bei den männern ist die der kiefer hier meistens ziemlich gerade und hart und geht so leicht nach oben vom kinn und das tut eigentlich beim mädchen auch das mit dem nach oben gehen aber es ist halt etwas gebogen und weicher genau und der kopf ist dann natürlich hier hinten ihr müsst ihr denken hier sitzt so ein gehirn drin in dem kopf von dem mädchen und deswegen ist es nicht ganz so eingedrückt sondern es geht halt hier außen rum so weil sonst wirkt der der kopf total platt und eingequetscht und es sieht halt dann einfach nicht so aus wie es aussehen sollte eigentlich mein gott was mache ich hier eigentlich okay dann kommt hier unten noch der hals wie erkläre ich das jetzt dass der hals da ist wo der hals sitzen muss man kriegt mit der zeit so ein gefühl dafür wo der hals sein muss bei männern zum beispiel ist er breiter und schließt halt so beim hinterkopf eher an als bei den mädchen da geht es hier weiter rein da der hals ja schmäler ist ja genau und eigentlich muss das hier wieder zusammenlaufen zusammenlaufen können ich darf nicht bayerisch reden nein genau aber da das da man das ja nicht sieht kommt es hier weg so und dann haben wir hier wo wir vorher unsere linie gesetzt haben können wir jetzt die augen reinsetzen je nachdem wie ihr die augen haben wollt könnt ihr euch die jetzt aussuchen so und hier knapp drüber die augenbrauen am besten bei diesem knick den wir hier haben oh mein gott sie sieht so böse aus wieso ihre nase ist unglaublich groß genau und beim mund könnt ihr dann entweder so einen kleinen smiley mund machen oder ihr könnt den mund offen lassen zack zack so oder ihr könnt wenn ihr lippen solche lippen habt könnt ihr auch sowas rein machen zapp ja das bleibt ganz euch überlassen was ihr da für einen mund macht und welche augen ihr macht und dann je nachdem wo euer nennt man das jetzt klieferknochen aufhört könnt ihr dann quasi so eine linie nach oben ziehen und ungefähr da setzt ihr dann das ohr hin so und da reicht es eigentlich wenn ihr so einen kleinen bogen macht mit einem ohrläppchen dran und ja so einem strich eben oh god ich bin echt schlecht im erklären genau und dann könnt ihr ihr noch irgendwie eine schöne frisur hinsetzen was nehmen wir denn da jetzt machen wir mal pony jetzt kriegt sie auch noch schreckliche haare von mir ja okay so schlimm ist es gar nicht genau haare so und ja wie gesagt beim beim kerl ist es dann eben einfach auch wieder kreis ähm mitte vom kreis untere mitte vom kreis die stirn dann eine gerade und etwas längere linie und das dreieck lippen voll der fischmund hier kinn kiefer kiefer ja kiefer ähm denkt euch wieder das gehirn das da drin sitzt schädel hals breiter hals und beim beim jungen dürfte auch nicht vergessen dass die ja so ein so ein äh nennt man das ich und anatomie heute irgendwie hä äh der kehlkopf hier drin sitzt da den sieht man bei den mädchen nicht setzt eben beim jungen dann hier noch der kehlkopf und deswegen ist da so eine kleine wölbung dann immer drin genau dann könnt ihr hier wieder eure augen reinsetzen dim 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 und die augen braun der sieht auch so böse aus machen wir eben ein lächeln dann sieht er irgendwie selbstsicher aus genau und dann hier haben wir wieder huch camera what are you doing genau und dann haben wir hier eben wieder das öhrchen so und dann könnt ihr ihm auch irgendeine frisur machen keine sorge frisuren tutorial kommt auch noch irgendwann demnächst mal da ich ja jetzt jede woche ein video hochlade was ich hoffentlich einhalten werde wenn nicht dürft ihr euch irgendwas ausdenken als bestrafung was ich machen muss ähm ja von dem her wird das hard tutorial auch bald kommen genau jetzt haben wir die gesichter im profil ich hoffe ähm das video hat euch weiter geholfen falls noch irgendwelche fragen sind oder irgendwelche wünsche offen oder sonst irgendwas dann ähm ja tut euch keinen zwang an schreibt mir kommentiert äh abonniert liked disliked whatever ähm ja dann sag ich mal bis zur nächsten woche ciao tschau tschau tschau